My Little Pony Equestria Girls Rainbow Rocks Pinky, die neue Schlagzeugerin Du darfst niemals vergessen, dass du den Teig von Zuckerbutter-Schokokeksen unbedingt vorsichtig rühren musst. Bei zu vielen Armkreisen werden die Kekse härter als ein Klumpen Kohle. Was ist, Pinky? Ich dachte, du wolltest mir helfen, einen Drummer für meine Band zu finden. Ich denke, ich kann wohl ein bisschen schneller rühren. Es ist wahnsinnig schwer, jemanden zu finden, der beide Hände unabhängig voneinander bewegen kann. Glaub ich dir. Unser Bandplakat muss einfach grandios aussehen. Also kannst du so viel Glätter benutzen, wie du willst. Nicht jeder kann Drummer in einer Band sein. Oh, natürlich nicht. Sie brauchen so ein gewisses Fingerspitzengefühl. Na sicher. Und ein Drummer muss über genügend Energie verfügen. Absolut, Rainbow. Und zwar eine Menge. Energie und Enthusiasmus. Pinky. Was? Außerdem trägt ein Drummer mit seinem Beat die ganze Band. Oh, Pinky! Irgendwo muss sie unbedingt ihre Energie loswerden. Wie bist du darauf gekommen, dass Pinky Schlagzeugerin sein kann? Keine Ahnung. Wahrscheinlich habe ich das irgendwie gespürt. Ich warte ein, was. Ich warte ein, was. Oder ist es... Was? Und zwar mit dem von Drummer. Scheiss. Wir sind in der dritte. Also, die dritte. Vielen Dank.